ja hallo freunde es ist endlich wieder soweit kassel trader zeit heute wieder aus dem schönen zypern wie könnte es auch anders sein das thema des tages hedging mit dinis billige lotteriescheine mit großer wirkung haben wir schon hundertmal darüber gesprochen nichtsdestotrotz mal wieder ein kleines video dazu passt ja auch geradezu zum umfeld börse hoch börse runter börse noch weiter runter doch wieder hoch zinsen steigen zinsen fallen dann steigen sie doch wieder renditen hoch runter links rechts iran israel keiner weiß mehr wo es überhaupt noch hingeht da könnte man sich vielleicht unter umständen mal mit hedging befassen könnte auch gleich die überleitung zum strangle webinar am zehnten sechsten zweiten termin geben weil da haben wir auch das thema mit drin wir haben eine black swan hedge variante drin es sind noch genügend plätze frei ich kann diesmal ein bisschen mehr leutchen aufnehmen letztem hat man sich ja begrenzt beim ersten mal haben wir den zweiten termin ihr könnt euch auch wenn ihr keine lust habt aufs video hier hinten angucken nur für 130 euro kann man auch die die videos direkt oder sind über und über den drive ordner stelle ich euch dann frei die folien sind dabei wer keine lust hat da extra noch zu warten des 10 juni haben wir jetzt auch mehrere leute gehabt ja da kann man machen muss man aber nicht ganz wie ihr wollt schreibt mir eine e mail und dann seid ihr dabei und ja was wollte ich jetzt sagen ach so jetzt wollten wir auch noch ein video machen hier unten da muss ich nichts mehr zu sagen zoom stunden nächste woche ausgebucht danach die woche ist wieder ein bisschen was frei ab 26 mai geht nichts mehr da bin ich nämlich in deutschland da werde ich auch gar nichts machen weil urlaub mit junior trade scanner o4w und so weiter alles in der video beschreibung unten drin jetzt geben vollgas eine minute 40 verballert für die promo ja für was brauchen wir dann hedging und welche marktrückgänge haben wir dann überhaupt also hier art des rückgangshäufigkeit ne rücksetzer haben wir ja ständig monatlich oder häufiger leicht verkraftbar ne wir haben ja auch stops in unseren trades wenn wir keine stops haben automatische oder 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 gesetzte stops in der optionskette dann machen wir halt einen mentalen stop rein können wir also gut mit umgehen dann haben wir eine marktkorrektur verkraftbar da kann man punktuelle hedges machen drei bis vier mal pro pro jahr pima daumen auf lange sicht gesehen durchschnittlich keine ahnung geht es halt mal zehn prozent runter ist ja kein crash crash ist so ab 20 prozent sagt man das glaube ich ein technischer crash marktkorrektur können wir auch noch verkraften können wir auch noch mit unseren stops arbeiten wie gesagt punktuelle hedges kann man da reinhauen bullcalls auf dem wichs whatever auch immer so dann haben wir einen echten bärenmarkt strategie umstellung reicht meist aus alle vier bis sieben jahre habe ich mal irgendwo aus der statistik gekramt haben wir einen richtigen bärenmarkt da muss auch die volatilität oder der wix nicht so extremst ansteigen natürlich wird er ansteigen wenn es runter geht ne aber er explodiert nicht und das brauchen wir für einen richtig gescheiten black swan hedge brauchen wir halt eine vola explosion sowas hier ne black swan event gift fürs depot klar deine aktien fliegen runter ich kann es ja offen sagen meine aktien sind innerhalb von ein paar tagen 75.000 dollar gefallen bei corona ja ist dann halt so ne wenn man da schöne hedges hat back ratios und so weiter oder vielleicht dinis ne nichts anderes sind back ratios am ende auch ähm ja wie oft ist die häufigkeit theoretisch quasi nie ne ihr habt ja eine standard normalverteilung da gibt es das halt nicht deswegen sind wir eigentlich ja doch wieder nicht standard normal verteilt weil wir nichts anderes haben sind wir es dann doch wieder am ende ja und in wahrheit alle jubiliare ne diese fat tails fat fingers und so weiter ähm gegen das sichern wir uns halt ab ne das kann man relativ günstig machen man kann es auch gratis machen aber was ist schon gratis an der börse ne wenn du irgendwas gratis kriegst hast du woanders irgendwo wieder ja zahlst du da irgendwo drauf oder hast irgendwo natürlich auch ein risiko was du tragen musst damit es dann gratis kriegt können wir auch im zoom alles machen ne back ratios ne wie baut man die auf wie macht man das und überhaupt ja jetzt wirst du erst mal ähm ne welche marktrückgänge wir haben und wir sichern uns in erster linie hier gegen ab nichts desto trotz bei der marktkultur ich hab auch ich kann sagen ich hab zehn back ratios auf den spx momentan äh back ratios äh zehn bergholz auf den spx natürlich bei einer hohen wohlereien ähm damit ich möglichst gut ne wisst ja put call ist ja nicht so ganz optimal für calls nichtsdestotrotz laufen äh bergholz spreads auch mega ne wenn es nach unten geht gut jetzt läuft es halt wieder gegen mich dafür habe ich dann ja bitte ich hab ja früher was heißt früher in alten videos gesagt stellt euch in alle richtungen auf ich bin immer möglichst neutral drinnen weil ich eh am ende nicht weiß in welche richtung es geht ich hab aber black swan geschichten dabei dann sichere ich mich halt mit bergholzart mit ja back ratios mit teenies mit allem möglichen ne oder auch mal ein wix bull call oder irgendwie sowas oder 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 wix äh wix back ratio da gibt es auch kostenlose varianten wie man das machen kann kann als kampagne ne kann man auch in zoom machen kann ja alles jetzt hier äh heute durchnehmen jetzt machen wir mal ein bisschen die teenies das ist das einfachste das kann man auch mit der 40k regel noch einigermaßen gut handeln alles äh was heißt einigermaßen kann man top handeln wenn man nicht gerade 5 millionen depot absichern will damit dann geht das alles gut zu machen ne ja da gehen wir jetzt mal einen schritt weiter warum aber nun teenies in form von billigen long putz ne ich kriege ja immer wieder die frage was will ich denn mit den teenies da hier da oben weit außen geld ne da komme ich ja nie ins geld im crash aber darum geht es ja auch nicht es geht ja darum ähm dass die dass die volatilität explodiert und die die kleinen teenies ganz schnell nicht mehr teenies sind sondern ganz große jungs sozusagen und mädels ne also dass die richtig kraft entfalten also gehen wir fangen mal von vorne an ein schneller rückgang von 10 oder 15 prozent hat in seiner dynamik viel heftigere auswirkungen auf unser options depot als 30 prozent über mehrere monate ne hier haben wir halt dann haben wir eine starke korrektur das geht schon in richtung crash wenn wir auf 15 prozent zulaufen 16 17 18 19 20 boom crash ne wenn das relativ schnell passiert ja dann hat das halt eine viel heftigere auswirkung auf das options depot als 30 prozent über monat über mehrere monate jetzt einfach mal bei beispielhaft bildlich gesprochen weil da kannst du im stopp raus ganz entspannt und umstellen die strategien wenn es richtig rappelt da machst du nicht mehr viel wenn du da nix hast dann hast du nix ne so implizite volatilität steigt halt extrem an so und dann haben wir hier unseren unseren skew ich habe den mal gemalt normal form sieht ungefähr so aus hier ist add the money dann out of the money putz ne bap 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 die implizite volatilität ist natürlich je weiter aus dem geld immer am höchsten höchste schwankungsbreiten und der market maker muss kurse stellen und so weiter und so fort hier ist add the money ne am geld dann sackts noch ein stückchen ab hat man auch mal ein video dazu gemacht also der preis geht noch ein bisschen runter bevor dann die calls leicht langsam ansteigen das hat hier was mit covered call writing zu tun von den großen jungs in erster linie uns kleinen lichter zählen die da ja nicht wirklich mit rein wie gesagt wieder ein anderes thema so was passiert denn jetzt wenn die volatilität dann steigen die billigen kleinen teenies also putz long long putz in unserem fall brauchen wir ja steigt rapide schnell an hier ne zack zack na ich habe das jetzt mal farblich gemacht von schwarz nach grau von von grau nach rot ne dann fängt an sich die mitte irgendwann hier auch mit zu heben die geht dann immer höher erst mal springt alles hier drauf aber wo wollen wir uns denn absichern oder was was wollen wir denn bezahlen wenn es knallt erst mal möglichst wenig wer geht dann freiwillig vorne ans geld oder noch am besten gehen wir noch ins geld oder was weiß ich oder hier unten im modell da keine ahnung 40 30 20 10 hier hinten reden wir irgendwie was von 1 2 3 oder sowas delta das sind dann die teenies alles springt da hinten drauf das weiß natürlich auch der market maker der muss ja die hier die der ist ja verpflichtet von der börse die preise zu stellen der lebt von bid und ask also beziehungsweise was dazwischen ist und das spread halt und er weiß wenn das passiert muss er die preise stellen und allein dieses risiko da zieht er natürlich die spreads auseinander will natürlich mehr verdienen und hier ist auch keine liquidität hier unten ist ja liquidität ohne ende da fungieren wir player am markt also wir händler teilweise ja sogar als market maker da gibt es auch schöne tabellen und berechnungen kennt das vielleicht von interactive brokers wenn ihr direkt dabei also direkt bei IP side nicht bei den resellern dann kriegt ihr ja teilweise statt gebühren zu bezahlen für den trade kriegt ihr ja geld und dann seid ihr in dem fall nicht angestellte market maker die liquidität ins system rein pulbern könnte man auch mal ein video machen ja alles springt hier hinten drauf dann explodiert das ding bam bam es geht immer steiler dann fängt die mitte an sich zu heben dann sieht es optisch schon wieder so aus als als wäre es gar nicht mehr so steil und dann habt ihr eure teenies und die laufen wie geschnitten brot ne so jetzt machen wir mal ja hier mal so überschlagsrechnung nagelt mich da jetzt nicht fest ich will euch das nur mal so ein bisschen sensibilisieren mach einfach mal ein paar wilde rechnungen die müssen jetzt natürlich und die werden auch nicht hundertprozentig jetzt stimmen aber es wird der realität schon einigermaßen nahe kommen oder ihr wisst zumindest in welche richtung es am ende geht ne nur mal dass das dass man das mal so ein bisschen versteht also der sinn der teenies also der billigen long puts ne wir geben in ruhigen zeiten speziell in niedrigen wix ständen ist natürlich am allerschönsten weil wenn der wix niedrig ist und es explodiert haben wir natürlich prozentual eine höhere explosion als wenn wir teuer kaufen weil der wix jetzt schon keiner wo sind wir momentan ne wir sind ja schon wieder runter sagen wir noch ich war bei 18 wenn ich jetzt bei 18 kaufe muss der hier noch exponentiell höher explodieren damit dieselbe wirkung kommt als wenn er aus 10 11 12 wix ständen hat man schon ewig nicht mehr aber so 12,9 13 als wenn wir da kaufen würden das ist natürlich schöner also wir geben in ruhigen zeit wenig geld aus und profitieren in schlimmen zeiten davon ne boom explosion ähm fakt meistens verbrennen wir geld aber das tun wir in 90 bis 95 prozent aller fälle bei einer versicherung so oder so ja ne kennt ja jeder haftpflicht wann brauchst du dann wenn dein kind vor weiß ich nicht 15 jahren mal ein ball irgendwo beim nachbar eine scheibe geballert hat bist du irgendwo auf eine sonnenbrille auf eine rayband für 250 euro drauf gelatscht äh irgendwie einmal in 37 jahren oder keine ahnung wie oft ja wann brauchst du eine auto versicherung also ich keine ahnung ich habe das letzte mal 1991 glaube ich einen unfall gehabt jetzt haben wir 2024 das sind ein paar 30 jahre und ich weiß gar nicht wieviel zehntausende von euro sich für meine autos an versicherungen bezahlt habe gut ist pflicht hier ist es keine pflichten hedger haben aber ich glaube ihr versteht was ich meine so und wenn der worst case eintritt immer mal auf die uhr gucken dass wir wieder drei stunden machen wenn der worst case eintritt schützen uns selbst diese kleinsten teenies bei explodierender volatilität in der regel wunderbar das zeige ich euch auch gleich so und lohnt sich das am ende die frage die immer ständig kommt ja ich muss ja dann ich bin ja so einer ich sage nimm doch zehn prozent von deinem verfluchten geld was du verdienst wenn du geld verdienst natürlich die voraussetzung die leute die natürlich meine meisten wissen wir ja zahlen ja ein an der börse und keine ahnung 95 prozent oder was und fünf prozent sich das geld wieder raus gehören hoffentlich ein bisschen dazu wenn du natürlich nichts verdienst ja von was willst du dann noch hedging betreiben dann kannst du halt auch sein lassen dann hast du ein aktiendepot da kriegst du schön dividenden dann gehst du vielleicht im mes oder im es oder was auch immer mal im future halt mal mal short wenn es runterknallt dann brauchst du aber nicht hier ständig oder gehst zweieinhalb prozent unter markt und setzt dann da halt einen sell stop in future rein lässt den immer drinnen liegen und wenn es richtig knallt nimmst du da halt ein bisschen Euro mit kann man natürlich auch machen so ich nehme halt lieber zehn prozent von meinem geld und kaufe mir dinis und das jeden monat und immer ungefähr pi mal daumen zehn prozent kannst du nicht auf den cent genau rechnen aber ungefähr kommt es hin und die frage kommt halt immer ja dann muss ich dann ja jetzt verdiene ich nur nur keine ahnung 800 euro im monat hierhert kannst du drei dinis kaufen ist doch ist doch ist doch jacke wie die hose am ende machst du plus wenn du so lange genug gekauft hast und irgendwann kommt dir der tag x na so mach jetzt mal so doofe beispiele hättest du anfang dezember 2019 vor corona jeden monat zehn dinis gekauft falsch geschrieben 10 dinis gekauft auf den spx hättest du im corona crash bis zu 60.000 dollar eingefahren zeige euch gleich screenshot vom vom zeitmaschine wieder angeschmissen rückwärts gefahren und das ding historisch nochmal nachgetradet mit 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 original daten so 60k jetzt kommt natürlich das aber ja aber ich muss ja monatelang die dinger kaufen ja logisch hätte natürlich hier angefangen hätte natürlich gewonnen gehabt aber das ist ja jetzt nur mal ein beispiel so aber jetzt mal eine überschlagene ganz grobe rechnung mal um die augen zu öffnen mit nur mal der zeitraum zwischen finanzkrise und corona krisch 2008 9 limen boom kaputt corona crash 2020 ja so jetzt hätte gehabt ein konto 300.000 dollar ich habe das jetzt so genommen damit es auch rechnerisch schön passt und zwar für normale anständige größere konten mal irgendwie dass man mal ordentliche zahlen hier sieht 3000 so monatlicher profit im optionshandel 1 prozent 12 prozent im jahr ist nicht so viel ist machbar vielleicht auch nicht jedes jahr vielleicht machst du mal 15 vielleicht auch mal 7 vielleicht machst du auch mal ein jahr minus im langen schnitt über einen trader leben ist es vielleicht ein prozent davon nehmen wir jetzt 10 prozent also sind 3000 dollar davon nehmen jetzt 10 prozent investition in hedging davon einfach blöd für teenies meinetwegen der andere kann auch noch ein back ratio aufbauen könnt ihr auch noch oder kauft ein teil nur teenies und macht noch ein wix bull call oder ne irgendwie der ampel geht auf rot über einen super trend okay jetzt haben wir abwärts trend oder ein 1 2 3 nach marktechnik nach unten ja dann kaufe ich halt am delta 50 keine ahnung spy putt für 45 tage oder so und so was man kann man natürlich auch mal man kann es ja auch ich habe es jetzt natürlich das video geht jetzt um teenies also beziehe ich alles auf teenies also 10 prozent kohle weggenommen vom gewinn in hedging so der letzte crash war 2008 9 also vor corona der jetzt noch zeitabstand bis zum corona crash beziehungsweise einschließlich 2019 reden wir jetzt mal von ungefähr elf jahren 2008 ging es ja los und war ja nicht auf den tag begrenzt jetzt noch ungefähr elf jahre so ausgaben 11 mal 12 mal 300 für die versicherung immer davon ausgehen wir haben die ganze zeit 300.000 und haben immer 3000 eingenommen wird er rausgeholt wird er eingezahlt also immer selber im prinzip stimmt natürlich so jetzt nicht im echten leben aber ich muss es ja irgendwie plakativ machen so elf jahre ausgaben bapapapam gesamtkosten 39.600 dollar hedging denkst du ach du alarm wieder in elf jahre 39 hätte ich mir jetzt auch irgendwie keine ahnung borsche box doch schon gebraucht verkaufen können ja in corona hättest du aber rund 20.000 dollar überschuss in den teenies haben können da hättest du die ganze zeit diese teenies gekauft immer hättest du 300.000 gehabt und immer hättest du 3000 dollar prämie gehabt also gewinn gemacht profit gemacht klar steuern runter das kommt natürlich auch noch alles zehn prozent investition in hedging davon dann hättest du das hier gehabt ist 59 6 oder was im test also 60 jetzt mal gerundet neun ungefähr 40 bezahlt hast du 20.000 damit mal einfache zahlen haben überschuss er hat sich das jetzt gelohnt oder hat sich nicht gelohnt klar jetzt hast du 300.000 dein depot ist also wo waren wir dann 30 prozent oder was waren wir unten hast du das alles in s&p sag mal betafaktor 1,0 hast du gehabt du hast alles s&p aktien drin gehabt dann ist dein depot um 90.000 abgerutscht hast aber trotzdem von den 90 schon mal 20.000 über die teenies abgesichert so und das ist ja jetzt eine rechnung wir haben ja noch 100.000 events dazwischen gehabt die habe ich jetzt gar nicht mit reingenommen wir haben ja einfach nur von von limen also von 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 finanzkrise zu coronamarkt rechnet da hält sich das doch jetzt am ende nur für 20.000 hättest du jetzt deine abgeschmierten aktien aus alleine aus dem hedging schon mal nachkaufen können klar jetzt haben wir natürlich die 20k olaf regeln das heißt mit back ratios und allem anderen ist natürlich jetzt dann auch nicht so ganz einfach für deutschland ja aber zu der zeit wäre das ja irgendwo auch noch gegangen die teenies könnte aber halt nach wie vor handeln man kann ja auch mehr nehmen das ist ja nicht so dass man jetzt sagt nur zehn prozent nehmen kann ja auch 1000 andere sachen machen man kann ja auch bergholz reinhauen und 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 so ps die rechnung soll nur an nur der sensibilisierung dienen wie wichtig absicherungen sind im beispiel lagen zudem noch einige andere crash szenarien vor wie ja black monday 2011 dann hat man 2015 da weiß ich heute noch ein bisschen porsche drin reingejumped und dann ist mir gleich porsche um die ohren geflogen ich glaube sommer irgendwie juli august september irgendwo war das also auch schon wieder bald neun jahre her dann voll markt geld und 2018 und so weiter trump da ging es auch nach unten wo der mit seinem kram da anfingen hier mit china und gut das war jetzt kein crash aber da hat es halt auch da kann sowas aber auch anziehen müsste man jetzt alles manuell backtesten was habe ich gemacht bin natürlich jetzt erst mal her gegangen und habe euch erst mal hier das ding durchgespielt mit wenn ihr jeden ich weiß nicht ob man sehen kann ich hoffe ihr habt großen fernseher ihr habt angefangen 2009 2019 dezember januar und februar habt ihr denis gekauft ihr seht das schon also das sind ja haben wir denn hier angefangen wir haben angefangen hier unten mit zehn long ne jetzt kann ich selber nicht zehn jahren ist ja egal von der seite oder von der ich weiß gar nicht mehr warum das jetzt gelesen wird ähm zehn stück long puts für 25 cent sprich für 250 dollar ein monat später hätten wir nur acht gekriegt weil das ein bisschen teurer war da gab es auch keine strikes teilweise 27 dollar 50 einer also 275 euro und dann haben wir noch mal zehn für 32 50 gekauft also es gleicht sich ja am ende wieder aus zehn acht habt ihr 28 teenies gehabt jetzt weiß ich gar nicht mehr ein bisschen da war es immer schon 108 tage das ist eine kampagne jetzt quasi wir kaufen am ersten also anfang dezember kaufen wir zwischen 10 und 8 hier 10 dann am ersten januar 8 und ersten februar wieder 10 so und boom und dann kam corona ich habe mir bewusst mal im dezember schon angefangen sonst heißt ja du kannst die ja auch so hinsetzen dass die genau zu corona zur passenden zeit gekauft hast ist ja scheißegal weil ich kaufe es im dezember ich kaufe es im januar ich kaufe es im februar ähm aus augusti werden jetzt dann halt schon wieder raus gewesen bis zu corona wenn man das jeden monat macht hast du ja immer diese drei monate auf jeden fall hier ganz entspannt drinnen hängen ne so teenies so 120 tage irgendwie ungefähr ja gut so vier monate aber irgendwann ist die hedgewirkung dann halt auch mal weg ne so sagen wir so drei ein viertel jahr hier so eine tranche oder kampagne die schützt schon ganz gut dann seht ihr schon die insgesamt sind kampagne bis zum corona crash 108 tage gelaufen immer wieder jeden monat 10 dazu gekauft und dann seht das hier sbx rund 1000 punkte gefallen seit entry ja da ist halt richtig schön runter und hier 59.300 punkte ähm sehe ich gar nicht mehr wo der start war ne da sind wir schon im trade ja wir standen auf jeden fall einiges höher ja und so einfach kann es dann sein ähm dass ihr da richtig ne wie die teenies hier durch sind das sind 28 stück wohlgemerkt die gehen auf 59.000 ihr könnt es ja nachrechnen wo ihr da rauskommt ne äh 100 mal ähm also mal 100 25 dollar mal 10 sind 250 250 plus 275 sind 525 525 plus 325 sind 850 war das jetzt richtig im kopf rechnen 850 dollar ausgegeben was ist das 59.310 mein monitor macht die biege ich brauche 9 4k monitor ich sehe schön hier flackrott ein bisschen 59 das waren ungefähr jetzt diese 60.000 die ich hier aufgeschrieben habe ne und wenn ihr jetzt aber von der finanzkrise an die jeden monat gekauft hättet ja dann hättet ihr natürlich einen haufen kohle verbrannt ihr hättet aber trotzdem irgendwie immer noch 20.000 dollar machen können jetzt kann es natürlich auch sein dass du nicht genau bei 59.000 raus gehst das kann jetzt hier ich habe gar nicht mehr weitergemacht ich weiß gar nicht wo es noch hingegangen ist am ende und ich habe dann einfach jetzt hier aufgehört habe gesagt ob das reicht ich muss ja jetzt auch ein absolutes maximum hier rausholen aus der kiste es kann aber auch sein dass ihr schon irgendwo bei 41.000 ausgestiegen seid weil jetzt von der psyche her das dann heißt boah hier sind so viel geld schon drinnen bevor die vola jetzt wieder runter geht weil ne corona keine ahnung ich wusste auch nicht um was es geht so richtig lang irgendwelche doden da einer straße rum in china und nach häuser zugemauert oder eingänge und denkst du oder warte ich noch keine ahnung dann wärst du vielleicht auch raus dann hättest du halt nur noch einen gewissen anderen überschuss gehabt ne so jetzt aber mal von der rechnung weg habe ich euch ja extra noch die dinger hier hin gemacht jetzt muss ich selber überlegen was hier was war warte mal bin ich den jetzt hier groß zerre ich hatte es ja gerade erwähnt was wir noch alles hatten was war dann das hier august 2011 ne kabumm wann war volma get on war das im februar jetzt kommen wir selber durcheinander was hat man denn hier eben black monday 2011 wo sind wir denn überhaupt black monday 2011 wann war denn volma get on das war doch auch volma get on war das februar war das hier black monday jetzt weiß ich nicht mehr wie rum aber ist auch völlig wurscht ne das haben wir ja alles gar nicht mit rein gemacht das ist ja hier volatilität hier 45 ist hochgeknallt so hättet ihr die teenies gehabt wären die dinger natürlich auch alle angesprungen die habe ich ja mal bewusst aus den ganzen rechnungen raus gelassen nur die zwei allergrößten events reingenommen damit ihr seht selbst wenn ich die alle weglasse hätte es ja immer noch ein fettes plus gemacht ne also nehmt doch halt ein bisschen geld weg wenn ihr gewinnen macht hier bam was war das ach weiß ich jetzt auch nicht mehr genau äh hätte ich mir vielleicht nochmal aufschreiben sollen januar 2018 äh februar 2018 war das black monday ach jetzt habe ich da auch schon ein Brett vorm Kopf black monday was hat man noch volma get on was haben wir hier noch war das trump november 2018 ja da seht ihr schon was hier abgegangen ist ne februar 2018 dezember 2018 ich glaube das war hier das war trump ne genau und das war 2011 ja hier bub 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 dann ist die volat ich weiß jetzt wo meine mauszeiger war hier steht sie noch bei 12 aber ihr seht doch schon wie die hochging wir hatten ja auch viel niedrigere volat wir sind ja aus ganz tiefer volat teilweise nach oben geknallt ne ähm wenn wir die jetzt noch alle in der rechnung noch mit drin hätten keine ahnung wenn ihr bock habt dann rechne ich euch das auch noch sollen wir noch ein zweites video machen so freunde das war es jetzt auch gewesen ich wollte euch wie gesagt weil ständig kommt die frage ja teenies ganz toll was soll ich denn damit machen ja was willst du mit dem back ratio machen ist doch auch nichts anderes ne da finanzierst du nur deine deine shorts unten äh deine longs unten mit shorts vorher ein bisschen vor aber nichts anderes ist das kannst du auch gleich teenies kaufen im Prinzip natürlich ein back ratio system ist natürlich viel schöner ähm von der sache her weil ich halt gratis da reinkommen kann ja wie gesagt können wir auch nochmal eine wix strategie machen ein bear call als camp äh bear call ne wix ähm sag doch mal ne wix back call back ratio system kostenlos aufgesetzt wenn gar nichts passiert habt ihr gar nichts verloren wenn es knallt habt ihr was gewonnen müsst ihr halt natürlich ein bisschen aufpassen weil da gibt es nämlich auch hier ein teil der tränen hier ein teil des todes also typisches back ratio ist beim wix finde ich noch ein bisschen schöner weil wenn er steigt äh dann steigt auch die kurve automatisch erstmal mit an muss man natürlich ein bisschen aufpassen kann man als kampagne handeln über vier monate und so weiter hier gibt es die wildesten sachen können wir natürlich auch mal ein bisschen was im zoom machen wer es braucht ne und jo leute das war es jetzt gewesen ihr habt doch nochmal die schlusspromo ne für ein cic income strangle oder überhaupt für ein einfach mal für ein income strangle kannst du ja nennen wie du willst ne hier haben wir mal ein bisschen hier rückkauf im gewinn 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 hier drunter ist aber auch irgendwo mal verlust hier zack so haben wir sogar mal 438 erkläre ich euch dann auch mal wie sowas geht ne das erzählt euch nämlich wahrscheinlich auch keiner dass ihr auch mal außerhalb der wohlfühlzone mal einen impact kriegt wenn es nach unten rappelt kommt alles mal vor in so einer strategie nichts desto trotz zack von links unten nach rechts oben so wollen wir es haben wer es noch lernen will der meldet sich gerne und jetzt sage ich mal nach 26 minuten reicht es dann auch mal wieder ne ich schneide das ding lad es nachher hoch wünsche euch ein schönes ja wochenende kann man ja schon mal sagen der markt geht wieder hoch KI rettet schon wieder die welt ne microsoft und google aber was haben sie schon mal geschafft ja das ist auch kommen meine bergholz spätzt auch schon wird auch noch stress aber na gut so ist es halt ne dafür laufen das trainiert und alles andere und man kann ja auch noch rollen im worst case und ja somit alles schön und euch alles gute bis zum nächsten video macht's gut ciao ciao bis zum nächsten video